zu deinem Motorrad geparkt Warte wo bist du Ah ja habe ich warte äh durch ja komm ja ich bin engländer No you are sir oh jetzt ist eins richtig schwer ich fahre ich fahre immer nach hinten aber man kann auch wie kann man die Archive mit Sekt machen wie weg machen einfach einsammeln nein meine Igel ist weg guck mal ich habe mir die Desert Eagle gekauft und dann die MP5 was machst du da oh nein Twix ich habe ihn gerade gesehen aber ich glaube er verfolgt den Chicken mann eigentlich läuft er läuft man nach oben aber ich hab Lust drauf ich lauf auch hoch hoch ich versteck mein Motorrad im Gebüsch aber ich fahre lieber nach oben du kannst auch auf der anderen Seite vor Ort ein ah schon fix sie oh und low low forest was bedeutet high ping high ping das ist dein ähm dein Computer ist also ping weiß ich nicht die richtige ähm Übersetzung aber ähm wenn dein Computer zu zu stark oder zu stark oder nein nicht zu stark zu gut ist zu viel lag sagen wir mal so dann sagt es ja du kannst nicht tschüss bei 200 ping da wirst du gekickt mein ping ist gerade 50 das ist noch das in gelben Bereich aber es geht noch meiner ist auch 200 aber der Twix 170 äh schon 180 ping ist das meine Desert Eagle ja aua nee das ist meine 9mm achso weil du deine 9mm gekauft hast ist dein Desert Eagle weg nee ich hab mir erst mal die 9mm gekauft dann die Desert Eagle und dann die MP5 ja dann ist das ja wohl ein Desert Eagle das sind auch Achievements ich kenn die ja die sind äh hier überall verstreut aber wieso guckt das irgendwo hin ich verstehe das auch nicht eh gibt es auf der anderen Seite auch noch einen nein das gibt es nur bei manchen Orten ich weiß ich und Johannes haben das äh mal alles eingesammelt und dann ja hochgeladen nein 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 oh ich bin Matsch ey Kevin sammeln bitte das Geld auf Matsch ja ok bist du auf dem Boden gelandet oder bist du auf der Brücke gelandet auf der Brücke ok genau unter dem Pfeiler und dann halt überweist mir das Geld was ich hatte ich hatte irgendwie 500 oder so noch nein du hast noch du hast jetzt du hast immer noch Geld aber nicht mehr so viel Geld Alter wie lange das dauert oh nein und meine Waffen sind die noch da nein futsch oh nein verdammt wie lange das dauert man und mein Motorrad steht auf der Stelle ne ja also du bist auf der Brücke gelandet und nicht unter ne auf der Brücke genau neben dem Pfeiler neben dem großen Pfeiler auf der linken Seite ok das gut nach ach so da da bist du gestorben man sieht dich immer noch fliegen jetzt nicht mehr ey man ich muss mit nem kacken Motorscooter fahren äh wow toll ich habe 8 Dollar aufgehoben 18 Dollar wow ich hab 717 lol ich hab mehr mehr als ich hatte na ich glaube weil du ähm noch etwas gehoben hast also ähm auf der Bank gehoben hast und die Musik ist so merkwürdig Kevin bleib mal dort bitte ja ok also warten wir und nein aber du kannst da rumlaufen das meine ich bleib mal aber an der Stelle damit ich weiß wo du bist äh Lukas äh zum Glück hatte ich einen Schutzwestern sonst wäre ich tot bist du auch schon untergefallen nein ähm wegen dem Schuss was du mir auf den Pfeiler gegeben hast ja ja ok ich bin nicht fast tot sondern ich hab viel Leben verloren wow kackkopp polizisten mit dem Motorrad wird von dem Monster Truck verfolgt ich bin heute ist es mal andersrum ja man ich hole nur kurz mein Motorrad wir fahren dann wieder zum Gun Shop ne ok vorhin ne so gegen 12 war ich on ein Heli ein Heli auf dem Dach warte ich bin gleich da ein Heli auf dem Dach des des Park äh das ja ist das äh des Bahnhofs Lukas wenn du eine Waffe hast dann roll mal so dass du die Waffe in der Hand hast und dann schreibt dann schräg schräg Ego wieso das musst du mal machen ne Waffe in der Hand und ein Ego ja wieso musst du mal machen äh ich hab noch so weit ich bin knapp bei der Ausfahrt low our forest low äh wieso bleib da auf einmal stehen reichen 5000 ja um ehrlich zu sein 5700 für eine Waffe ja für eine für eine ok für mehrere Waffen reicht das da bist du ja ich seh dich ich erkenne sie ihr Ziel nicht auf mich na ich ziel auf den Booten schlicht schlicht er ist meine MP5 nein das ich hab auch nicht gekauft Gugel hier ist was macht mein bei ich auf einmal hier um ein dabei das gibt es sich von einem Ort zum anderen Ort umfragen wie er die ersten anschaub wenn du auf L drückst du lieg ich weiß ja bloß lieg ich hab ein cooles Licht mit grünem Bike komm fahren wir über die Schiene ich bin zu spät wo bist du ich bin bei der Tankstelle unten komm aus dem Bahnhof ich esse kurz bar Snacks volltanken wieso wird mir Geld abgezogen weil du gestorben bist achso nein hast du dieses Payday bekommen also Zahltag da steht nix also oben links Zahltag steht dort nee wieso wird dir dein Geld abgezogen als du gesagt hast dass du was essen willst wurde mir Geld abgezogen komm gehen wir zum Grandshop ja weil du gestorben bist ha Johnny wurde eingesperrt oh Johnny warum hast du kein Gewissen Kevin komm treffen wir uns beim Gunshop du weißt welchen ne oh mein Gott hier sind ja die 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 ich weiß nicht wie sie nennen soll A das ist ja merkwürdig wie ein Jahrhundert Dollar ja das sind das zahltag das ist so hartzett hier aber weiter bericht wetter bericht der kann jetzt das ganze wetter ändern zum beispiel er kann jetzt regen machen oder so ach so circa minuten sind wir das wetter wie folgt ändern das hört sich schlecht an ich weiß es nicht aber das hört sich schlecht an er sagt ändern jetzt gerade sonnenschein bei mir ist es nebelig es wird bewölkt sein und es gibt wellenhöhe bis von 0 metern und bohr 0 meter josh viel hoch ja dachte ich auch der erste doch uns alle umbringen wo bist du in der mauer runtergefallen mit meinem bieten einen schönen tag kann man auch weil er kann ich als bitterberichtsmann arbeiten ja dafür muss ich dich aber anmelden ich hab dich eben gerade gehört da bist du warte hast du eine waffe halte sie meine hand habe ich nicht pass auf hinter uns wer ist das irgendjemand Robert ich will so gern jetzt ein Hedgeponend machen ein was er will etwas kaufen im Moment gut warte warte noch habe ich in die Schutzweste Ohr nein warte schreibt mal äh das hier um das zurückzumachen und schreibt noch mal das jähn Ego-Shooter Perspektive äh nein das hast du jetzt halte mal die Waffe man sieht es aus wie bei Call of Duty Nein bei mir nicht Hand ich bin ein wenn sie drüber das will mehr die wir machen und ich schreibe kurz ich kaufe noch ein Messer ich bin schon wieder kommt es der hat was vor die ich weiß nicht was ach komm fahren wir los wie kann man Bikes umschmeißen ich verarsch ihn mal ich verarsch ihn mal ich hab mal sein Bike weggeparkt und gleich holt er dein Bike und fährt damit weg geht nicht warte mal wohin ich sag dir wir fahren jetzt dass sie sind da wir fahren zu der Brücke wo wir eben gerade waren auf der roten oder auf der auf der autobrücke oder nee ich kenne bessere Strecke warte bin ich dicht okay komm mal kurz hinter mir her Kevin wo bist du ich bin beim Bahnhof ja ich bin schon weißt du wo dieses Achievement war das in diesem Loch da bin ich in diesem was wo es in diesem Loch da war ähm ich weiß nicht komm mal kurz wo bist du wo bist du ich bin auf der Brücke auf welcher Brücke ah ja okay warte oh der Reporter ist wieder da hallo Leute habt ihr es was sollen wir hinschreiben nein nein er sagt gleich also man muss immer ordentlich schreiben das Reporterteam möchte ein Race Event ansteigen guten Nachmittag achso oh das hey du hey nein lass nein nein dann toll was mein Reifensgerplatz wegen dir nicht meine Schuld du böser Mann komm steig auf mein Bike steig auf mein Bike dafür aber eine Spende nein was wir brauchen dafür eine Spende nein Tor W4 was Tor W3 so jetzt bist du weg steig auf ich mach drunk oh so gemütlich warte T Slash Lade Fusion ähm ja dazu kein Kommentar ja Slash ähm boah ich hab' BLEUNGEN was gibt es noch ey ich steh mal auf sonst fährt er nicht zu schnell man nein so oder so fährt er nicht schnell weil ich drauf bin aha egal mach mal drunk ist besser ja ja ich